Ich muss nur dem Horn folgen. Mh. Aua. Okay, gut. Ich hätte das Angriff doch nicht ganz so klug immer. So. Klack. So geht es auch. Einfach immer wieder zurückweichen und wieder angreifen. Mh. Also wenn man es im Falle-Moment macht, dann kriegt man ordentlich auf die Fresse. Wo man es so sagen. So. So. Ist das Wikinger oder? Das waren doch jetzt Wikinger. Ja, das waren Wikinger. Und auf einmal. Also die mit dem Schwert. Die kann man gut so zerstören. In den gerade einmal 20 Jahren, seit ich mich der schwarzen Fels-Legion anschloss, haben die Bäume in Myre sieben Kriege zwischen den Samurai erlebt. So viel zur Einheit. Ah. So. So. Und so. Und noch einmal. So. Dann eine Deckung durchbrechen. Und noch einmal. So. Dann eine Deckung durchbrechen. Na. So. Nicht ganz. Aber so jetzt. Ihr Wikinger habt uns zu viel genommen. Vor mir aus. So. Ich bin ruhig wie nichts. Wäre es ein Horrorfilm, können wir mal sagen, das schweigende Lämmer. Nicht ganz. So. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Nein, das war zu falsch. So. Klack. Und zurück. Ah. Das war ein Fehler. Ah, okay, gut. Ich sollte mich nicht nur auf diesen Angriff verlassen. Nein, 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 nein. Wow. Heilen, 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 heilen. Heilen. Oh, Rache. Und Eltonkill. So, weg mit dir. Oh, hallo. Oh, die haben uns ausgesperrt. Egal. Boah, der war aber jetzt echt hart. Aua. Heilen. Ah, 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 ah. Ich will hier runter. Ruah, und Ruah, und Ruah. Und. Aua. Aua. Ihr Wikinger habt uns zu viel genommen. So. Nein, dies war zu weit. Nein, 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 nein. Es ist noch viel, 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 viel. Viel, 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 viel. Boah, die sind gut. Wo, 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 wo. Wow. Huch, das war knapp. Ich war mir nicht still, weil ich wusste, was ich sagen soll. Der Konzert zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, schon wieder so einer. So. Dann schlafen wir ein paar Mal auf dich ein. Deckung durchbrechen. Und noch einmal. Wo ist eure Beute gewesen? Und noch einmal. Und auch wieder sehen, mein Freund. So. Was haben wir hier noch? Nix mehr? Oh, war schon. Hier liegen viele tote Daimyo herum. Ich musste einen Krieg verhindern. Schätze, der Kaiser hat sich in euch geirrt. Unsere Nachbarn sind hartnäckig. Ja, das sind sie. Sichert das Doc. Wir treffen euch dort. Also spielen wir nicht den Kaiser. Zumindest nicht hauptsächlich. Oder die neue Kaiserin. Wir spielen eher diese Charakter. Das ist mir gerade eben gar nicht oft für einen Wechsel. Und ja. Ach, das wird auch lustig mit dem. Hört sich auch gut. Ich laufe jetzt gerade nur noch mal alles ab. Ob ich auch wirklich nichts übersehen habe. Aber wie es scheint, habe ich nichts übersehen. Da komme ich hier drunter. Okay, gut. Jetzt bin ich da wieder. Sichert das Doc. Als ob das so einfach wäre. Tja. Hat niemand gesagt, damit es einfach wird. Ich wollte die Wikinger schnappen, bevor sie mit ihrer Beute abziehen konnten. Und der nächste Pfeil kriegt die ab. Und jetzt haue ich erst mal ab. Ich werde erstmal schauen, ob wir da hinten irgendwas zu zerstören haben. Oder was ist das? Ich... Man weiß ja nicht so genau bei den Ubisoft-Entwicklern, ob die nicht irgendwo wieder ein kleines Secret irgendwo rein machen. Ne, das ist nichts. Okay, gut. Dann bekämpfen wir wohl. Über doch mal die da unten. Auch wenn ich nicht so richtig Lust drauf habe. Ich habe hier Angst. Aber egal. Das kriegen wir auch noch hin. Dann haben wir mal ein paar Pfeile rein, wenn wir sie es halt schon haben. Du stehst den Weg. Tod ist sie. Dann und... Cool. Das macht Spaß mit dem Pfeil. Das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der will nicht so wirklich. Jetzt aber. Und auf Wiedersehen. So. Ach, das waren die doch schon. Plünderer. Ich hasse die Kinder. Bogenschützen. Vergesst den Befehl. Wir haben dringenderes zu tun. Apollyon gab ihm den Palast. Es erfordert mehr als einen Palast, um über uns zu herrschen. Wir stoßen den Emporkömmling vom kaiserlichen Thron. Okay. Es heißt erst mal kaiserreich befreien und dann flächigen Apollyon. Aber zumindest hat Plünderer gelebt. Das folgt mir zum Beispiel. 4 von 6, 4 von 5. Okay. Sind wir aufgestiegen? Nein. Leider nicht. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für heute wieder. Ich mach wieder einen kleinen Cut. Wieder über eine Stunde. Es langt auf jeden Fall für einen Tag. Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig. Sie und Seijuro. Diese Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen. Okay. Das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Wahrscheinlich das werden gestunken. Morgen oder so werde ich das wahrscheinlich mal kurz oder kurz nicht am Abend oder nach dem Zocken. und dann sind wir durch. Unglaublich. Naja. Ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen. Auch wenn ich irgendwie bei vorne ziemlich ruhig bin, weil ich doch dann mich eher auf das Spiel konzentriere, als viel zu sagen. Das ist doch immer vielleicht ein Argument, gut zu spielen und gleichzeitig zu labern. Ich weiß, Männer haben das nicht, das Multitasking. Das haben nur Frauen. Aber ich kann's ja vielleicht auch aneignen. Learning by doing, würde ich mal sagen. Probier's, dann lernst du das. Aber ich glaube, das kriegen wir gemeinsam hin. Ich hoffe, nochmals, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus.